Speise-Girls-Auftritt bei Royal Wedding? Mehl C. Klärt auf! Werden die Speise-Girls bei der Hochzeit von Prinz Harry, 33, und Hex-Suids-Darstellerin Megan Markle, 36, singen? Am 19. Mal gibt sich das Traumpaar das Ja-Wort und die letzten Vorbereitungen werden auf Hochtouren getroffen. Welche Sänger auf der Hochzeit auftreten werden, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Vor kurzem verbreitete sich das Gerücht, dass alle eingeladen worden seien und für das Brautpaar ein Ständchen geben. Melanie Kissholm Akamil C. 44, erklärt nun, was wirklich dran ist an dieser Nachricht. Bei den The Prince's Trust Awards in London nahm den Fans die große Hoffnung, als sie in einem Interview mit E. Nebs witzelte, meine Einladung zur Hochzeit ist noch nicht angekommen. Es lag so viel Schnee. Ich denke, die Post ist durch den ganzen Schnee bestimmt aufgehalten worden. Ihre Kollegin Mehl B. 42, habe sich in der Talkshutte Real nur einen Scherz erlaubt, als sie im Februar den Hochzeitsauftritt der Girl Group verkündet hatte. Bei dem gleichen Event, dass es keinen Giech beim Royal Wedding geben werde. Über ihre fehlende Hochzeitseinladung wolle sie sich aber bei Prince Gales, 69, beschweren, ich werde ihn fragen, wo meine Einladung bleibt, weil ich noch keine erhalten habe. Mehl B. Sagt ja, sie hätte ihre schon. Ausbildung